Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder in Photoshop, denn ich möchte dir zeigen, wie du mit ganz wenigen Mausklicks bestimmte Objekte einfach so entfernen kannst. Das geht wirklich innerhalb von Sekunden und wie das genau funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Ich bin jetzt hier in Photoshop drin und ich habe jetzt hier die Photoshop CC 2020 Version offen. Das Tool, was ich dir jetzt zeigen möchte, gibt es, glaube ich, seit der Version 2019. Es wurde da nochmal sehr stark verbessert. Also es gab es eigentlich auch schon vorher, aber seit der Version 2019 ist das wirklich ein Tool, wo man sagen kann, da kann man wirklich mit einem, maximal zwei Mausklicks eigentlich so sein Bild von Dingen befreien, die nicht da sein sollen. Und in dem Fall bin ich das mal selber. Also hier hat ein Kumpel, der Benni, hat von mir ein Foto gemacht, wo ich gerade selber fotografiere. Und anhand dieses Beispiels möchte ich dir mal zeigen, wie ich mich selber aus diesem Bild entfernen kann. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann natürlich zum einen hier einfach eine neue Ebene nehmen und dann vielleicht hier mit dem Stempelwerkzeug oder auch mit dem Reparaturpinselwerkzeug arbeiten. Und wenn ich jetzt sage, hier die aktuelle unter die darunterliegende Ebene sollen aufgenommen werden, dann kann ich jetzt hier mit gedrückter Alt-Taste mir hier was aufnehmen und dann kann ich hier zum Beispiel einfach so drüber stempeln. Und du siehst, ja, das geht auch einigermaßen. Es wiederholt sich leider sehr schnell hier so. Also das ist leider nichts, was wirklich schnell geht. Und gerade für Leute, die jetzt vielleicht wirklich schnell in Photoshop sein wollen, für die ist das ein bisschen schwierig. Außerdem ist es auch relativ einfach, hier ein so ein Stativbein wegzustempeln. Wenn es jetzt an die gesamte Person geht, wird es schon ein bisschen schwieriger. Von daher, diese Methode fällt für mich erstmal aus. Beziehungsweise können wir das vielleicht nochmal dann im Feinschliff machen. Aber grundsätzlich möchte ich erstmal dir zeigen, wie du wirklich mit ein, zwei, vielleicht drei Mausklicks insgesamt hier mich aus diesem Bild rausnehmen kannst. Und dazu werde ich mir jetzt hier im ersten Schritt mal das Lasso-Werkzeug nehmen und mir hier einmal eine Auswahl aufziehen um mich herum. Mit gedrückter Maustaste. Also erster Klick ist einmal hier das Lasso-Werkzeug, die Auswahl drumherum treffen. Wichtig ist, dass ich komplett mit drauf bin, dass um mich herum auch noch ein bisschen Platz ist. So und mit dieser Auswahl werde ich jetzt hier auf Bearbeiten gehen und dann Inhaltsbasierte Füllung. Und hier dieses Tool, das zeigt jetzt auch eine gute Vorschau, was passiert, wenn jetzt hier das Ganze von Photoshop so berechnet werden soll. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus, muss man wirklich sagen. Also da macht Photoshop schon jetzt einen sehr guten Job. Und das Tolle ist, man kann jetzt hier mit diesem neuen Tool selber auswählen, was Photoshop nimmt aus dem Bild an Pixeln, um diesen Bereich, den ich jetzt hier entfernen möchte, quasi wieder aufzufüllen. Und Photoshop macht hier schon einen sehr guten Job, hat nämlich schon erkannt, okay, wir haben jetzt hier im Vordergrund diesen Berg. Und den nimmt Photoshop jetzt auch als Referenz, um da die Pixel dann aufzufüllen. Aber ich kann jetzt hier mit dem Pinsel noch reingehen, mit dem Minuspinsel hier und bestimmte Dinge davon ausschließen, die nicht als Muster, als Pixel genommen werden sollen, um diesen Bereich dann aufzufüllen. Und jetzt nehme ich hier zum Beispiel mal das Wasser hier unten raus und ich nehme auch hier die Steinwand so ein bisschen von dem Felsen raus und auch den Leuchtturm an sich, den nehme ich auch raus. Und ich möchte halt wirklich nur noch, dass hier solche Sachen wie diese Wiese hier zur Geltung kommen. Und dann siehst du auch schon, wie sich das hier in der Vorschau immer wieder so ein bisschen verändert. Und ja, das kann ich jetzt soweit treiben hier. Ich kann jetzt den Pinsel auch kleiner machen, dass ich zum Beispiel auch noch sage, ich möchte diesen Weg hier nicht drin haben. Ich möchte eigentlich wirklich mehr Wiese drin haben. Mal schauen, ob das noch was verändert in der Auswahl. Ja, und jetzt siehst du hier auch, wie sich das Ganze jedes Mal wieder neu berechnet. Und das ist wirklich richtig cool. Und wenn mir jetzt diese Vorschau hier gefällt, dann kann ich das Ganze natürlich im Nachhinein noch verfeinern. Ich kann jetzt hier auf der rechten Seite erstmal noch sagen, Ausgabe in neue Ebene. Ja, also ich möchte das nicht auf der aktuellen Ebene haben, sondern ich möchte das auf einer neuen Ebene haben. Einfach damit ich damit noch vernünftig besser arbeiten kann. Und dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel noch diese Kante irgendwie ein bisschen schließen im Nachhinein. Ja, dass das noch ein bisschen besser aussieht. Aber grundsätzlich ist das jetzt hier schon mal wirklich richtig gut. Und das macht alles Photoshop automatisch. Ich muss das jetzt nur noch auf OK klicken hier einmal. Und zack, haben wir hier eine neue Ebene. Hintergrundkopie heißt die jetzt. Die Auswahl ist immer noch aktiv. Mit Command und D oder Steuerung D bei Windows. Kann ich die jetzt einfach aufheben. Und wenn ich jetzt hier mal weiter rein zoome, dann siehst du auch hier kaum Übergänge. Ja, also hier so ein bisschen sieht man schon den Übergang. Aber grundsätzlich haben wir erstmal ein gutes Ausgangsmaterial jetzt, um damit weiterzuarbeiten. Im nächsten Schritt könnte ich jetzt mir den Kopierstempel hier nochmal nehmen und dann anfangen, hier nochmal so ein bisschen diese groben Kanten hier nochmal so ein bisschen zu stempeln. Einfach damit wir hier dann den Übergang besser hinbekommen. Da kann ich dann jetzt hier dadurch, dass das auch ein relativ unsauberes Muster ist, sage ich mal, kann ich auch ein bisschen ungenauer arbeiten. Das ist also überhaupt kein Problem. Das fällt dann gar nicht mehr so krass auf. Wichtig ist nur, dass man hier gerade diese Grasnarben und so weiter, die sollten schon scharf alle sein, weil da fällt es dann schon auf. Genau, deswegen nimmt man es dann hier so einfach so ein bisschen raus. Und so würde ich jetzt hier einfach noch so ein bisschen fortfahren. Hier kann man zum Beispiel die Erde so ein bisschen rüber kopieren. Aber du siehst, wir haben sehr, sehr schnell mit wenigen Mausklicks hier ein gutes Ausgangsmaterial bekommen und könnten jetzt das Ganze hier, wie gesagt, noch so ein bisschen verfeinern. Jetzt würde ich hier die Kante nochmal ein bisschen lang gehen, hier oben nochmal die Kante ein bisschen lang gehen. Aber grundsätzlich zoome ich jetzt mal raus. Ja, also so sieht es jetzt danach aus. So sah es vorher aus. Und wenn man das Vorherbild gar nicht kennt, dann würde ich mal behaupten, fällt einem das überhaupt nicht auf, dass da mal eine Person stand. Genauso gut kann man es jetzt hier natürlich auch mit den Vögeln machen. Ja, die kann man auch ganz einfach rausstempeln. Aber grundsätzlich diese Möglichkeit, die Photoshop da bietet, ist wirklich unglaublich. Die wollte ich dir an dieser Stelle hier einfach mal zeigen. Und wie gesagt, es ist nicht perfekt. Man muss danach immer noch kleine Nacharbeiten machen. Aber die Basis dafür, die hat man innerhalb von wenigen Sekunden geschaffen. Ja, ein paar Mausklicks. Also mit einem Mausklick habe ich vielleicht ein bisschen Clickbait betrieben. Aber grundsätzlich ist das hier wirklich innerhalb von ein paar Sekunden machbar. Und dann ist es nur noch ein bisschen Feinarbeit. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass du in meinem Online-Store zwei Fotokurse, Videotrainings kaufen kannst zum Thema Photoshop. Und die gibt es aktuell auch für 15% Rabatt, weil ich mir dachte, in der aktuellen Situation ist es vielleicht ganz cool, wenn man sich auch zu Hause die Zeit ein bisschen vertreiben kann mit Fotokursen, mit Bildbearbeitungskursen. Und deswegen habe ich da auch mal 15% Rabatt drauf gegeben. Und den Rabattcode, den findest du auch hier unten nochmal unter dem Video. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Dort heiße ich stefanschäfer90 und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir doch dort folgst. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit und hoffe natürlich, dass du gesund bleibst. Also bis zum nächsten Video. Ciao.